Obwohl wir dieses Lied schon vor vielen, vielen Jahren geschrieben haben, verliert es leider nichts an Aktualität. Und leider muss ich sagen, dass uns letztes Wochenende ein paar und schöne Nachrichten zugetragen wurden. Wir haben gehört von Leuten, die hier farbige Mitarbeiter der Bierstände und so weiter beschimpft die Münzen beworfen haben und gedisst haben. Leute, wir sehen es seitdem immer wieder, dass auch heute Menschen, die uns Hilfe brauchen, die gerade aktuell heute und gestern in den Nachrichten vor Asylattenheim, Bodenheim beschimpft werden und nicht willkommen geheißen werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, für diese Leute da draußen kann ich nichts, aber für die Leute hier auf dem Feld, wenn ihr meint, dass diese Leute, dass farbige Mitarbeiter der Ausländer sich hier unwohl fühlen, dann möchten wir, dass ihr euch hier unwohl fühlt. Ist das klar? In unserem Leben ist kein Platz mehr für Rassismus und Gewalt und wer sich auf solche primitive Mittel berufen muss, der hat eigentlich schon verloren, Leute, denkt da mal drüber nach.